ja hallo ich meine willkommen zur let's play diablo's revenge oder diablo's randomness oder so wir sind jetzt irgendwie wir haben es irgendwie in den dungeons gemacht wo wir nicht mal wissen was wir machen sollen wir haben magischer solz immer noch mit uns herumschleppend ich habe keine anrufe das hätten brauchen müssen und ich habe das einfach die dungeons gemacht weil ich nicht wusste was ich sonst hätte machen sollen und es haben wir hier wieder drei verschiedene dungeons und ein dorf gehen wir erstmal ins dorf wenn sie mich nicht irgendwelche piche angreifen würden gehen wir erstmal ins dorf würde ich sagen hey ihr da was wollt ihr hier in westhaven wo sind wir befindet euch im lande akül 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 keine ahnung und vor einer und vor einer was und vor einer bauerschaft namens west helpen und der zerschwindet wollt ihr immer noch in das dorf ja okay kommt rein aber ich werde von einem meiner männer überwacht der mit dem weg verschwärts ja so gut oh jetzt hat er mir die ganze zeit oder was willst du mich heiraten oh mein gott ja ich will na sie sehen aber hübsch aus wie erst mit uns beiden was du bist ja ein typ giorn aber alle sagen die sei hässlich ja noch okay beim hauer moradin jan ähhh random ro epsilon lord keine ordentlichen Ja komm wir schlafen mal. FINAL FANTASY 7 Ähm, ja, schön. Ja, wir wollen speichern. Das ist wieder so random. Random NPCs sind random. Und warum kann ich auf dem Kamin? Das macht mal wieder keinen Sinn. Oder ergibt keinen Sinn. Ich sag immer noch, das macht Sinn. Wo es eigentlich falsch ist. Hallo. Erschwindet. Und fasst bloß mein Bücherregal oben nicht an. Hm. Ein Buch sieht aus, als wäre es das Holz. Wollen wir das herausziehen? Ja. Ihr seht, am Buch gehört ein leises Tier. Wow, das ist einmal ein Mechanismus. Templer-Steine halten. Ein runder Stein, der ein Templer-Ritte zeigt. Wofür habe ich den jetzt eingesammelt? Äh, ne, ne. Haben wir schon gemacht, mein Freund. Der Typ nervt. Alter. Dum- 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 dumm- dumm. Dummle hat dann mein Kürzel wird eine Enthitzung zum Thema Tempel-Ritte einberufen. wo der rater darauf ein bisschen hat zutritt okay kreuzhaus in der luft steht was ich bei der ich im auge ja ich werde nicht den weg alter wort aber zu hauen heute was du walt da war zu hauen armbrust rora ganz spezielle spekulatur effektivität armbrust rora hier braucht man den starken rüstung ich wusste vielleicht müssen wir mal nicht aber wenn man es ja schon mal kann es herausgeben nix mehr sonst so das heißt haben wir noch mal in den in den tempel da muss man das im tempel ist ich freude den stern zu sehen erbündiger fremder ihr habt unseren orden der tempel bitte einen großen verdienst der wiesel trittet ein wann immer ihr es verlangt das spiel kurz aufgehangen dort 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 ihr habt kein ist und dort ihr habt kein zutritt zu den anderen bereichen der anlage dort 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 ihr habt kein zutritt bei copy-paste 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 naja dieser mensch muss bestraft werden in einem schwert durch den bauch zu rammen ist auch so eine bestraft und er kann da bloß nicht sterben oder so nein nein schmerz quali dort verbrenner gefangener ich liebe die einzelne junge frau das ist eine ganz normale statue übrigens und keine einzelne junge frau und ihr habt ihn nicht verloren ich höre aber da rein ich will die schatzkammer lupen und hier eins so sind dort hier das sind Quartiere das sehe aus wie eine schatzkammer anstatt wie eine Quartier wenn ihr mich fragt aber nur gut Trainingsraum ja die drehen sich im kreis und hüpfen das ist ja auch Trainingsraum Klammer auf scheint keine Zeit zu haben Klammer zu eine Puppe das ist eigentlich keine Puppe das ist egal ah wie dumm Konferenzraum erschwindet Kantine von einem anderen also sorry no time na du willst auf einmal englisch hübschen Gefängnis kein Zutritt m eine kaputte Kapelle sowieso aussieht und prismaraum was ne prismaraum bitte also fuck ja den ist verloren ja was ach komm laufen die Wände mehr rum ja ach gott das ist sehr tief na wen haben wir denn hier na 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 es war wirklich ungezogen von dir hierher zu kommen dafür muss ich dich leider dort 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 bestrafen ähm ah man ist das glaube ich aus lucia 2 oder keine ahnung Puppe so what Wow 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 ähhh You sehr seid noch zu schwach für ein richtigen Kampf ich kann warten adieu DO 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 DOda maschinewehr Ach und übrigens, mein Name ist Cain. Das sag ich euch einfach so und da plopp ich weg. Und da geht auf einmal eins kaputt. Was zum Fick war das? Was ist das? Eine Mine oder wie? Jetzt habe ich noch genug. Mienenarbeiterlager. Was wollen sie? Die Shop Hotel. Heiltran. Volle Heilung an einem Mikrofon zum Kampf. Tempo ab. Wow. Sichere Schuhe. Für die Zoll geeignet. Kaufen wir mal. Ich glaube es muss... Weiß nicht. Einmal. Rechte. Ne. Ok. Nix. Be. Be. So. Ok. Hier ist was gesperrt. Müsst du den Spinner nach hinten? Keine Ahnung. Raus hier. Dann. Hier. Achso. Es kommt hier. Und du? Hallo. Ich werde euch ein besseres Schiff bauen, das uns einige Zeit brauchen. Achja. Ja. Teleport scheiden die wir jetzt schon. Einmal haben oder so. Irgendwie. Und jetzt bitte. Ähm. 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 Nun. Hat der eventuell vergessen das Sch... Ne. Ähm. Irgendwie habe ich das Gefühl es gibt ja zwar noch was aber... Tempo an der Mine. Boah. Black Soul. Nord Wind. Moment mal. Kroodos. Also es gibt ja noch... Borg. Black Soul. Nord Wind. Kroodos. Die Art des Reich. Wüste. Chrom. Und Thorn Storm. Also es gibt ja noch so einiges. Aber wie komme ich da hin? Äh. Ohne Overlay denke ich so. Wenn wir uns das angucken, das ist hier. Wo sind wir denn das eigentlich? Wie sind's? Ich glaube. Hier sind wir. Ja. Oder? Ja doch. Ne. Oder? Doch. Doch. Wir sind hier. Aber wir kommen nicht ganz hin. Ähm. Irgendwie... Da noch mal eine Insel. Aber... Hier ist ein Kontinent. Aber ähm. Und du bitte? Hier ist auch noch was. Ich komme hier nicht weg, weil ich kein Schiff habe. Ich müsste mich wegschieten. Was ich jetzt aber auch nicht machen will ehrlich gesagt. Denn äh. Das Spiel reicht mir jetzt schon so. Ähm. Okay Leute. Dann würde ich sagen. Was ist das jetzt hiermit? Ich gehe nochmal schnell ins Spiel. Auf den Titelscreen. Ähm. Ich würde sagen. Was hast du mit dem Spiel? Wir kommen ja eh nicht weg. Er hat voll vergessen. Der Schiff hinzustellen. Und natürlich bastelt uns auch keins. Oh. Guck mal. Er gibt das immer nur den Teleportstein. Ähm. Und das Spiel ist damit wohl zu Ende. Ähm. Ja. Okay. Ich würde sagen. Wir sehen uns dann. Äh. Das war's dann. Und wir sehen uns dann. Gleich bei der Bewertung. Und ähm. Wow. Was für ein random Spiel einfach nur. Äh. Ja. Auf Wiedersehen Leute. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.